Hallihallo bei Part 5 zu Bloody Trapland wir sind immer noch ein Leben in der Halle ich jeden Fall alle Fälle okay genug rumgeschwuchtelt um ja ich auch sage ich ihnen das machen wir erst mal dass sie in der Verstattung warum nein war auch nicht ja okay gestern ich will nicht sterben okay sterben tschüss gut nach also wie in der letzten also wie im letzten Part schon am Anfang der Episode stand toll du musst wieder sterben also man warum muss ich immer sterben ich weiß es nicht lass mich jetzt mal ausreden in dem letzten Part stand ja schon ganz am Anfang des Videos dass Fraps die Aufnahme verkackt hatte also du bist so dumm wie scheiße jetzt mal ohne Witz ich wollte dich nicht ausreden lassen tut mir leid ja klar ja wollte ich auch nicht also Fraps hatte die Aufnahme verkackt und ja da hat halt haben nur drei Minuten oder so gefehlt aber trotzdem ist es halt unwichtig wir waren sowieso jetzt glaube ich nur an dem Level und haben dann nicht äh nicht mehr viel die Aufnahme beendet ja eben also es ist nicht viel weg geh doch von dem Schalter weg ich bin eh hier oben du Dummkopp ne ich bin kein Dummkopp geh runter von mir abpiss dich doch einfach du Spasti guck mal ich hab dich jetzt beabsichtigt getötet was willst du hast du nicht das war jetzt nicht beabsichtigt du bist unter mir mann was soll der Scheiß also bei mir war ich hart über dir wie ein Penis was ich wurde gleich für das Wort Penis getötet das Spiel hat mich getötet äh was es hat mich getötet ja oha ich hab's mal beim ersten Versuch hingeschafft das ist ja ein Wunder so nein nein was soll die Scheiße was denn genau bei mir sind diese Kackzahn ne Sägeblätter sind bei mir durch die Gegend weiter einfach geflogen schon wieder dieses Problem äh aua ja äh aua um den Klassiker nochmal zu bringen ja lass mich auch noch dahin kommen niemals aber aber ich hab's in einer anderen Aufnahme schon mal geschafft als erstes Welt 5 in den Tod nein Welt 5 das ist so ein geies Schloss das ist einfach nur behindert wir sind jetzt ja in Welt 5 ja eben hört man doch schon das ist das Level davor war auch schon Welt 5 nein doch nein stand so beim Server halt deine Fresse es ist nicht so doch das ist die erste die erste Level von Welt 4 das jetzt geh nur das ist das erste Level vom Server äh von der Map halt deine Fresse du bist ich weiß es doch wohl besser man ich hab das Spiel vor dir gekauft du bist unwissend du bist eine Missgeburt halt doch mal dein Maul du leckst hart grad was ist jetzt schon wieder los ich weiß es nicht ganz ehrlich was ist das du bist ah du bist weg cool ähm ein paar harte Lacks und ich waren jetzt grad da und ich glaub Lars hört sich auch beschissen an sag mal was ja guten Tag wie geht's euch ne es geht eigentlich wieder ok gut äh miese was da war nicht mal ach ja ich stell's gar nicht mal mehr in Frage vor allem meine Dummheit stell ich nicht in Frage was bist du jetzt wegen diesem Stach Fell gestorben warum stirbst du denn jetzt nicht weil ich nicht getroffen wurde schnauze du wurdest sehr wohl getroffen nein wurde ich nicht pssch belassen wir es einfach dabei du belassen es bei meinem Kopf bist du blöd du bist blöd ich hasse dich du bist mann hm alles ist deine Schuld dass ich hier durchgehend sterbe alles klar alles klar Lars na ja ich bin nicht dran dass ich schlecht bin verpiss dich doch anus mann shit mannus anus loll Junge das nervt mich jetzt nur noch das Level wir haben es ja auch schon viel zu lange gespielt insgesamt nein ja ich warte niemals auf dich ich habe ein schönes Handtuch deswegen wir probieren diesen den anderen Weg nicht noch mal dieses mal nähe warum kommst du nicht drauf wuhr 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 ich weiß nicht warum wuhr 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 das gibt es auch nicht wuhr 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 oh ja stimmt juhu juhu komm 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 du bist aber ein lustiger Fratz ich weiß dankeschön nein gar nicht oh man das war sauknapp hast du es gesehen ne das war schon wieder Laser ich weiß aber es war trotzdem sauknapp also ich meine auch vom Laser her aua 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 den sagt nein sagt der der runterfällt ja ich hab's drauf ich bin ein skiller sprüller aua man diese kackstacheln jetzt mal ohne Witz warum sterbe ich bei denen weil die dich so sehr lieben wagt auch ach so ich bin ja grün ich dachte gerade ohne Witz weil ich vor dir gestorben bin oder so ich bin ja jetzt wieder rot fällt mir auf ja was heißt denn da wieder rot du warst ja nur kurz grün als du versucht hattest den Server aufzumachen ich war beim ersten ich war beim ersten das ist echt ein ganz cooler ja ich war beim ersten zweiten Aufnahmeversuch grün ja eben Aufnahmeversuch das jetzt nicht auf YouTube kommt ja ich weiß schon ja wie lange hatten wir es gebraucht bis wir hier an der Stelle waren beim ersten Versuch beim Versuch vom Part 5 aufzunehmen hatten wir da 20 Minuten gebraucht und jetzt haben wir nur 3-4 Minuten oder so gebraucht ja mach's zuerst der ist nicht ein zweites Mal gesprungen das ist unfair jetzt bin ich angepuput das ist nicht meine Schuld doch es ist deine Schuld wegen dir bin ich gestorben okay ich habe keine Ahnung warum ich das gemacht habe ich auch nicht Lars ich auch ich auch shit das tut doch weh hör doch auf du Fuß fuck 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 wie ich es hasse wie ich es hart hasse fuck 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 jolo nein doch nicht fuck jolo müsste das heißen richtigerweise Ja, schweiß. Nein! Ich hätte mich jetzt nicht... Erhebeln müssen, also nicht aufstehen müssen. Lex, hör auf. Internet, what are you doing? Internet, stop! Internet doesn't like us. Ja. Anymore. What? I think he likes us. What? Warum bin ich jetzt gerade so runtergefallen? Je ne sais pas. Es kommt daher auch noch mit Französisch. Du redest mit dir selbst. Ja? Ich bin doch schizophren. Nein, bist du nicht. Doch, ich bin doch schizophren. Scheiße. Das bist du nicht. Lars, du redest schon wieder mit dir selbst. Nein, gar nicht, wahr? Alter! Die ganze Zeit ging's problemlos. Puppizophren, LP, aber... I.O. Das ist die beste Idee. Weißt du, so ein schizophrener Typ müsste Let's Plays drin, dann die Let's Play Together nennen. Wir haben eine Geschäftsidee, die etwas mit schizophrenen Menschen zu tun hat. Kevin, wir sind damit... Junge, ich hatte gerade... Gut, das ging schneller als letztes Mal. Ja, auf jeden Fall. Fällt mir da gerade ein. Aber das hatten wir letztes Mal doch auch verhältnismäßig schnell geschafft. Das? Ja, wegen mir. Lololol. So. Ich muss anmerken, ich bin noch kein einziges Mal gestorben. Jetzt bin ich ein einziges Mal gestorben. In dem Level. Bin interessiert's, Mann. Du bist nur der... Der Nebenprotagonist. Scheiße. Ich bin nur der Peben-Notagonist. Ne, bist du nicht. Was? Was labe ich? Äh. Das tut mir weh. Im Popo. Ich dachte in der Eiche. Ich nicht. Mein Ohr juckt. Kratz es. Das habe ich getan. Cool. Das war sehr gerne. Nein! Jetzt habe ich Ohren schmalt im Controller. Warte. Ja, du Pussy zockst mit Controller. Ganz ehrlich. Was ist das? Ich schnauze zockst locker auch mit Controller. Einen Scheiß mache ich. Ja, ja. Ich kenne doch deinen Penis. Was? Du gehst mir ohne Witz gerade nur auf die Nerven. Du laberst durchgehend Scheiße, die keinen interessiert. Du weißt schon, dass der Gast in einem Let's Play Together dazu da ist, Scheiße zu labern. Aber nicht Penis und sowas. Doch. Du redest von deinem eigenen Penis mit dir selbst und was auch immer. Ich rede von deinem Penis. Nein. Ich rede von mir selbst. Doch. Ich habe von deinem Penis geredet. Ah! Mist. Come, come. Bist du scheuen zu? You idiot. I hate you. Achso, genau, genau, genau. You're a Spolder-Fan. 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 Habe ich doch gerade gesagt. Ja, ich weiß. Wir haben es gleichzeitig gesagt. Junge! Mich regen diese Kackstacheln da links auf. Mich nicht. So. So. Läger, sorry. Fucking sauce. I've got the moves like Läger. I've got the moves like Läger. Das dachte ich mir auch gerade. Swagger. Swagger. Wuhuhu. Komm. Scheiße. Ich bin versehentlich runtergefallen. Hier hatten wir sogar letztes Mal die Aufnahme beendet. Ja. Ich versuche es rechts lang. Okay. Oh, Mist. Ah, Mist. Ah, Mist. Nein! Nur so ein kleiner Millimeter. Verdammt, verpiss dieses scheiß Feuer. Das geht mir auch so oft auf den Sack. Nein! Komm schon. Verpiss dich mal. Ich wollte nicht mal nach links gehen. Alter. Feuer. Geh weg. Huch. Ungeheuer Feuer. Schneuer. Feuer. Feuer. Älts. Ouchi. 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 Schlauchi. Flauchi. Nein, Feuer? Ich möchte es hier nicht haben. Bad fire. Fire in the bed. Nein! Ja. Nein! Ha. Kaum schon. Oh, Mann. Achso, es hat gerade gelegt. Ich dachte gerade schon, warum stehst du da so lange? Nein! Genau. Hm. Nein! Mann! Das gibt es doch... Warum sterbe ich jetzt? Weil du bockertest. Nein, weil es laggt. Ja, das könnte auch der bessere Grund sein. Verdammt. Nein, 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 nein. Ich gehe den Weg! Yeah! Aua. Nein, nein. Nicht meinen Weg. Doch! Du tippst. Mein Weg ist der Weg des Kocks. Ah! Ich habe gerade nichts gepeilt. Jetzt mal ohne Witz. Ach du Scheiße, war das geil. Nein! Mein Popo trinkt mir weh. Von dem ganzen Särge in den Arsch bekommen und so. Aua, alter Bauchschmerz. Das Aufschmerzen. Bauchschmerz. Dieses Scheißfeuer. Das Feuer geht so auf den Sack, ganz ehrlich. Aber jetzt... Nein! Wow. Bei mir ist das Feuer, ja, das Hauptproblem. Ja, bei mir nicht. So am Ende. Ja! Wuhu! Oh Mann, ich hätte mein Level schon viel früher geschafft. Oh ne, das Level. Och nein. Geh weg. Ich spielst dich. Du brauchst mich deswegen. Willst du mich verarschen? Ja. Okay, dachte ich mir schon. Warum sind wir eigentlich diesen Weg gegangen? Jetzt mal ohne Gizz. Ja, dann gehen wir wieder zurück. Nein! Das geht nicht. Ah! Wow! Mann, ich wollte doch den anderen Weg gehen. Fuck! Hey, ich hab's geschafft. Ups. Scheiße. Ich wär so davon geflasht, dass ich's geschafft hab. Ja, mir ging's ganz am Anfang genauso. Ups. Mist. Ah, Mist. Wow! Verpiss dich doch, du Spass! Nur weil ich schneller bin als du. Verpiss dich, du Hurenkanone! Jürgenkanone! Oh, Mann! Nein! Hör doch auf! Stilblas! Du bist schwul und fett! Du bist rot! Ich nicht. Du bist... Wie... Ein haariger Fuchs! Na und? Das bin ich ja auch. Ich bin ein haariger Fuchs. Mist, 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 Lars. Ich bin ein fetter Fuchs. Wow! Come on, you're gonna do this. You little bitch of a bitch. Fick dich, Lars. Wir können nicht zurück! Was denkst du, warum ich vorhin so aufgepeniszt war? Ey, ohne Witz... Er ist mal sehr pläziert, wenn ich's mal wieder schaffen würde. Mich regt das Level auf. Ich stand am Penis und so. Arrrr! Der Level geht mir auf den Sack. Mir auch. Ich schäme mich jetzt. Wow, was macht der schon wieder? Der ist Druck. Ganz viel. Äh, ich glaub... Frisst du jetzt was? Ja, ja. Ich glaub, ich hab so langsam keinen Platz auf der Festplatte. Warum hast du? Nein, hab ich nicht. Natürlich. Äh. Deswegen war's das jetzt auch schon mit dem Part 5. Also... Nächster Part ist auf jeden Fall immer noch mit Lars. Und ja, sonst hab ich nichts mehr zu sagen. Jeder Part geht mit mir. Oder? Hast du noch was zu sagen, Lars? Wir werden euch alle rapen. Ja. Wir werden euch auf jeden Fall vergewaltigen. Ja. Also nehmt euch in Acht. Mist. Vor allem vor jemandem namens... Klaus. Gesichts-Klaus. Da steht auf Gesichter. In denen... Dann natürlich noch mit dem Namen Assi. Kiff-Assi. Ja. Also auf jeden Fall... Peace, Leute. Äh... 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 Mann. Du... Sei doch ruhig. Wir sollten aufhören. Ja, ich weiß. Äh... 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 Jetzt erhofft, mich zum Lachen zu bringen. Wenn du mich zum Lachen zu bringen, kannst du nicht reden. Okay, ich mach die Verabschiedung. Okay, mach. Ciao, Leute. Bis zum nächsten Part. Wir sehen uns dann. Tschüssi. Äh... Tschüss. Tschüss.